Portugal lädt Sie ein. Erkunden Sie dieses abwechslungsreiche Land mit einem Mietwagen von Auto Europe. Porto, die zweitgrößte Stadt Portugals und gleichzeitig Namensgeber, ist unmittelbar am Nordatlantik beheimatet. Prachtvolle Bauwerke und der über 1000 Kilometer lange Fluss Tejo finden in der Hauptstadt Lissabon ihren Ursprung. Gönnen Sie sich eine Fahrt durch die traumhafte Natur und genießen Sie das etwas andere Portugal. Die vor der Nordwestküste Afrikas liegende Insel Madeira gehört zum portugiesischen Staatsgebiet. Die Blumeninsel ist hauptsächlich bekannt für ihre vielen Pflanzenarten, aber auch für historische Bauten und den wunderschönen Hafen. Wenn Sie Sonne und Strand liegen, sollte ein Besuch in Faro an Portugals Südküste in ihrer Urlaubsplanung nicht fehlen. Fahren Sie sicher auf den Straßen Portugals mit einem Mietwagen von Auto Europe. Weitere Informationen finden Sie auf www.autoeurope.de.